Moin Leute, unser Haus heize ich mit Klimaanlagen und hin und wieder, wenn es nötig ist, auch kühlen. Heizen, weil das Ganze in der Anschaffung und in den Betrieb echt günstig ist im Vergleich zu einer Ölheizung. Mehr dazu findet ihr aber in anderen Videos von mir. Was ziemlich doof dabei ist, man muss halt für einen Teil des Einbaus einen Installateur mit Kältemittelschein beauftragen und das kann die Sache finanziell wieder unattraktiver machen. Ich teste deswegen heute diese Lösung von Remco, die ihr hier seht, wo man kein Außengerät benötigt und den Einbau quasi komplett selbst vornehmen kann. Aber man hat nicht die Effizienznachteile eines Monoblockgeräts mit Abluftschlauch. Ich vergleiche die Effizienz des Geräts mit den Angaben des Herstellers, zeige euch, wie kompliziert der Einbau ist, zeige euch das Gerät von innen, sogar mit Wärmebildkamera und auch wie laut das Teil ist. Und am Ende gibt es dann nochmal einen Vergleich zwischen den drei Lösungen, also quasi zwischen dieser Remco-Lösung, einer Split-Klimaanlage und auch einer Klimaanlage mit Abluftschlauch. Das Gerät habe ich jetzt so seit circa vier Monaten bei uns im Einsatz, zum Kühlen und zum Heizen. Deswegen kann ich jetzt auch schon ein bisschen was dazu erzählen. Okay, aber jetzt geht's los. Ja, ihr seht, alles beginnt erst mal mit so einer Schablone, die man auf die Wand pappt und dann quasi ein paar Markierungen macht, beziehungsweise die Dübel für die Aufhängung anbringt. Dann kann man die Aufhängung, also eine Metallschiene, quasi festschrauben und das ist eigentlich relativ entspannt bisher. Dann muss man allerdings zwei große Löcher in die Wand bohren und das für den Wärmeaustausch, denn wir wollen die Wärme ja mit der Umgebung austauschen. Das ist ja der Trick des Ganzen. Wie ihr sehen könnt, hat das recht super geklappt und ich habe das Loch mit einem Hochleistungsklebeband abgedichtet, damit die Dämmung nicht offen liegt. Das müsst ihr auch sehr gewissenhaft machen, damit nicht irgendwie die Dämmung Schaden nimmt. Links seht ihr noch ein blödes Problem und zwar war da ein tragender Holzbalken im Weg. Das ist natürlich echt blöd, wenn man genau da trifft. Das war jetzt echt ein bisschen Pech, kann aber passieren. Das weiß man ja vorher nicht. Ganz so dramatisch war es jetzt aber nicht, denn ich habe quasi links und rechts einfach nochmal so ein bisschen Platz geschaffen, sodass die Luft den Balken umströmen kann und habe das Ganze dann mit dem Klebeband gut abgedichtet. Das war natürlich jetzt wieder so ein bisschen frickeliger, aber es hat am Ende ganz gut funktioniert und ist jetzt auch, glaube ich, gut abgedichtet. Danach wird die Anlage an der Metallschiene aufgehangen und nochmal befestigt und per Stromkabel an der Steckdose angeschlossen. Also eigentlich alles nicht sehr wild, mit ein bisschen handwerklichem Geschick auf jeden Fall machbar, aber das braucht man schon, denn auch so eine Kernbohrung ist jetzt nicht total einfach. Also da sollte man schon ein bisschen wissen, was man tut. Okay, die Effizienz von dem Gerät, also quasi der Wirkungsgrad oder bei Wärmepumpen eigentlich korrekter gesagt die Leistungszahl. Da Klimaanlagen eigentlich nichts anderes sind als Luft-Luft-Wärmepumpen, also quasi die erzeugen die Wärme nicht direkt, sondern die pumpen die von außen nach innen. Das kann halt entweder, das kann ich links oder nach rechts machen, das heißt es wird dann entweder warm drin oder kalt. Für diesen Transport der Wärme ist dann halt der Strom nötig sozusagen, zumindest zum Großteil. Die Leistungszahl, von der wir gerade gesprochen haben, die gibt dann an, wie viel Wärmeenergie ich im Vergleich zum eingesetzten Strom transportiere. Also zum Beispiel stecke ich eine Kilowattstunde Strom rein, bekomme aber dann vier Kilowattstunden Wärme wieder raus. Das wäre dann eine Leistungszahl von vier. Also ich stecke quasi eine Kilowattstunde Strom rein und transportiere dann von außen vier Kilowattstunden Wärme nach innen. Natürlich hat die eine Kilowattstunde Strom auch einen gewissen Anteil an der Wärme, aber so kann man sich es ungefähr vorstellen, damit ihr so eine Idee habt. Genau, dann sprechen wir wie gesagt von einer Leistungszahl von vier oder umgangssprachlich gesagt kann man auch einen Wirkungsgrad von 400% sagen, aber das ist eigentlich nicht richtig, aber so können sich es viele besser vorstellen. Deswegen finde ich es jetzt erstmal umgangssprachlich okay. Wichtig zu wissen ist, die Leistungszahl hängt davon ab, wie hoch die Außentemperatur ist. Kann man sich vorstellen, denn je kälter es draußen ist, wenn ich heizen will, desto mehr muss ich ja irgendwie auch pumpen oder desto schwieriger wird es auch. Schauen wir uns das mal an. Ihr seht dieses Bild, das habe ich von Remco bekommen und das wurde von einem externen Prüflabor gemessen, also nicht von Remco selbst. Wie genau die das gemacht haben, weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt keine weiteren Daten dazu, aber ich habe hier noch eigene Messungen vorgenommen. Und wir sehen jetzt hier erstmal, schauen wir uns erstmal das Bild von Remco an, so ab circa minus 2 Grad Celsius bin ich bei so einer Leistungszahl von über 2. Das ist im Vergleich zu einem modernen Klimasplitgerät natürlich schon schlechter und bei minus 10 Grad ist auch Schluss. Also für eine echte Heizungslösung für das gesamte Jahr ist das glaube ich aus diesem Grund eher nicht. Für den Übergang und zum Kühlen im Sommer ist es aber super geeignet und relativ easy zu installieren, wie gesagt. So jetzt die Frage, stimmen die Messungen denn überhaupt? Ja, deswegen zeige ich euch hier jetzt mal meine eigenen Messungen oder vergleiche die beiden miteinander. Jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, die Leistungszahl zu messen, das ist wahnsinnig schwierig, zumindest wenn man es sehr exakt machen will. Die Werte von mir sind also mit sehr viel Vorsicht zu genießen und haben eine enorme Unsicherheit. Also so ehrlich muss ich hier auf jeden Fall sein. Aber was sehen wir jetzt hier? Wir sehen die Größenordnung und auch die Tendenz, das sieht alles in Ordnung aus und meine gemessene Kurve ist sogar ein bisschen über dem Hersteller. Aber wie gesagt, das wird jetzt eher Messfehler sein grundsätzlich, aber insgesamt glaube ich ein Indiz dafür, dass jetzt hier alles irgendwie relativ gut passt. Ist aber wie gesagt kein Beweis, denn ich musste sehr viele Annahmen reinstecken, um hier die Leistungszahl zu bestimmen. So, also das ist jetzt total interessant, denn wir haben jetzt hier eine komplette Klimaanlage mit Außen- und Innengeräten in einem Stück. Gehen wir mal gerade durch. Hier ist quasi ein Loch in der Wand, der Auslass und ihr seht, hier ist auch ein Gebläse drin. Das pumpt jetzt quasi im Luft rein oder raus. Hier ist das andere Loch in der Wand, also hier in diesem Bereich. Das hier ist der Wärmetauscher von sozusagen außen. Also das ist das Coole. Das hier ist wie bei dem Splitgerät der Außenteil, das ganze Ding hier unten. Und hier oben, das was ihr da seht, das ist jetzt praktisch dann das Innengerät. Und das ist jetzt hier alles so kompakt gebaut. Und der Austausch geht nur hier durch die Wand, über die Löcher. Ich werde jetzt gleich mal die Wärmebildkamera anmachen und dann könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Dann seht ihr gleich, dass dieser Teil hier warm wird und der hier oben wird halt kalt. Und so funktioniert es im Prinzip. Kalt bedeutet, dass hier Verdampfung stattfindet von dem Kältemittel. Und warm bedeutet, dass hier oben Kondensation stattfindet. Also da wird es wieder verflüssigt. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip. Ihr habt ja einfach so einen Kreislauf von dem Kältemittel. Und es verdampft an der einen Stelle und es kondensiert an der anderen. Und so funktioniert das eigentlich. Das ist eigentlich schon alles. Ja, bei solchen Geräten mache ich mir immer riesen Sorgen bezüglich der Lautstärke. Denn man hat im Vergleich zu einer Klimasplitanlage, die also mit einem Innen- und einem Außengerät funktioniert, den Kompressor, der typischerweise im Außengerät liegt, und auch noch einen zweiten Lüfter, dann alles in einem Raum. Das habt ihr ja gerade gesehen. Das ist wirklich alles in einem Gerät. Und das sorgt natürlich für eine größere Geräuschentwicklung. Und vorher hatte ich eine DeLonghi PAK 90 Silent und fand die persönlich extrem laut und nervig. Warum überhaupt kühlen, kann man jetzt auch nochmal fragen. Also ich bin zum Beispiel starke Allergiker und lüften ist im Sommer halt deswegen nicht so eine geile Option. Das wäre mir eigentlich das Liebste. Aber ja, mit den Rechnern halt gerade im Homeoffice und geschlossenen Fenstern unterm Dach, da wird es einfach viel zu heiß. Das ist halt leider da ein bisschen schwierig. Okay, dann jetzt zu den Messungen. Also ihr hört jetzt eine Audioaufnahme, während das Gerät quasi bei mir im Büro lief. Ja, ich stand direkt neben der Anlage auf ungefähr selber Entfernung wie die Klimaanlage zum Mikrofon. Und bei dem Mikro handelt es sich um Rode NT, also damit ihr das wisst. Hören wir einfach mal rein. Das ist die Einstellung auf niedrigster Lüfterstufe. Ich stehe direkt neben der Klimaanlage, also dieselbe Entfernung tatsächlich, damit man ungefähr einen Vergleich zur Stimme hat. Jo, die tiefen Geräusche muss ich sagen, die kommen jetzt hier ein bisschen leiser rüber. Also so habe ich es zumindest empfunden. Ich denke, das wird am Mikro liegen. Also da könnt ihr euch vorstellen, da ist nochmal so ein recht tiefes Brummen dabei. Also das ist noch irgendwie schon mit dabei. Man könnte sich aber ohne Probleme dabei unterhalten. Und im Vergleich zu meiner alten Monoblockanlage, der Pinguino Pack 90 Silent, ist das Ding echt ein Traum. Also der Unterschied ist schon gigantisch. Da ist die Remco erheblich leiser. Mit dem Handy habe ich jetzt hier 40 dB ohne Klima und ca. 49 dB mit der Klima gemessen. Klar, ist auch nicht mega genau, aber vielleicht hat man schon mal eine Vorstellung, wo wir uns da ungefähr bewegen mit der Lautstärke. Okay, so ungefähr das Bild von der Lautstärke. Und jetzt vergleichen wir mal die Monoblock mit Abluftschlauch. Die Remco und eine Split-Klimaanlage, damit ihr so eine Idee habt, wo ist eigentlich was angebracht und damit ihr da vernünftig entscheiden könnt. Ja, wo liegen jetzt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Geräte in meinen Augen? Ich habe meine Erfahrung, weil ich habe ja jetzt wirklich alles schon irgendwie durch und auch mehrfach und so, einfach mal in einer Tabelle zusammengefasst und kann direkt sagen, also ich habe kein Geld oder so für den Test genommen, bisher noch nie für irgendeinen Test. Deswegen, da könnte er es, glaube ich, relativ als ehrlich empfinden. Okay, ihr seht jetzt hier das Bild. Ich denke, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Wie gesagt, ist jetzt auch ein bisschen mein persönlicher Eindruck mit drin. In puncto Lautstärke ist es für mich relativ klar, da ist die Split-Klima natürlich am leisesten, zumindest im Innenraum, da der Kompressor und halt dieser zweite Lüfter einfach nicht mit im Raum ist. Also das kann man, glaube ich, physikalisch ganz gut nachvollziehen. Dann war jetzt hier die Remco-Lösung mit Abluftschlauch. Auch die Geräte, also zumindest die, die ich bisher gesehen hatte und getestet habe, die war eine ganze Ecke lauter. Es mag aber auch positive Ausnahmen geben, beziehungsweise rein physikalisch müsste man mit dem Abluftschlauchgeräten eigentlich einen ähnlichen Lautstärkepegel realisieren können. In puncto Effizienz ist die Sache eigentlich relativ klar. Da gewinnen auf jeden Fall die Split-Klima-Geräte, zumindest wenn man nicht die allerschlechtesten Geräte kauft, erreichen von den dreien eigentlich diese immer den höchsten Wirkungsgrad. Danach kommt dann schon die Remco-Lösung und das absolute Schlusslicht stellen jetzt hier die Abluftschlauchgeräte dar. Und das ist auch physikalisch bedingt, da die Abluftgeräte die Innenluft ja einsaugen und dann nach außen pusten. Also das, was quasi bei der Split-Klima im Außengerät stattfindet oder bei der Remco quasi halt durch diese zwei Löcher in der Wand, das muss man da lösen, indem man die Raumluft vom Raum wirklich nach draußen pustet. Naja, und dann zieht halt Luft nach. Also das ist ein Problem und damit halt auch wieder Kälte oder Wärme, also eigentlich immer das, was man nicht will. Und das haben die anderen beiden Geräte nicht. Das heißt also grundsätzlich ist das jetzt hier mit der Effizienz einfach ein physikalisches Problem. Der Installationsaufwand. Klar, hier ist der Sieger auf jeden Fall das Gerät mit Abluftschlauch, denn viel mehr als den Schlauch anbringen muss man nicht und das ist jetzt so wirklich nicht so wahnsinnig schwer. Klar, auch das kann etwas frickelig sein, aber für die anderen beiden Geräte muss man eine Kernlochbohrung vornehmen und das ist schon ein bisschen komplizierter. Also würde ich jetzt hier echt sagen, okay. Die Remco hat aber noch den Riesenvorteil, die benötigt keine Arbeiten an Kältemittelleitungen. Also ich darf das selber machen. Das ist bei der Split-Klimaanlage zumindest momentan noch nicht der Fall, denn hier brauche ich einen Installateur mit Kältemittelschein, wobei sich bei neueren Geräten, die Propan als Kältemittel nutzen, das tatsächlich ändert und vermutlich dann auch ändern wird. Also es gibt jetzt schon das erste Gerät mit R290 heißt es und soweit ich weiß, darf man das dann selber installieren. Ich will mich jetzt hier aber auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Der Preis, das ist schwer zu vergleichen, weil die haben unterschiedliche Funktionen oder können unterschiedliche Dinge. Die Abluftschlauchgeräte zum Beispiel können halt nicht heizen. Das fehlt also, das ist ja eine wesentliche Funktion, die die halt nicht haben. Zumindest die, die mir bekannt sind, können das nicht. Ansonsten sind bei vergleichbarer Leistung die Abluftdinger bei circa 400 bis 500 Euro. Die Remco liegt so um die 2000 Euro und eine halbwegs ordentliche Split-Klima in der Größenordnung halt bei 500 bis 600 Euro, wobei der Einbau noch hinzukommt, also da liegen wir doch nochmal deutlich drüber. Aber man kann bei den besseren Geräten eine Förderung der BAFA in Anspruch nehmen, das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Und bei den Split-Klimaanlagen gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Also zum Beispiel gibt es auch Split-Klimaanlagen, die deutlich über 1000 Euro kosten, die dann halt aber auch wirklich richtig gut sind. Also wie gesagt, da ist die Bandbreite sehr hoch. Auch bei den Abluftschlauchgeräten gibt es sehr große Unterschiede und Leistungsklassen. Ist nicht ganz einfach, der Vergleich. Ich glaube aber schon, dass die Remco jetzt hier die teuerste Variante ist. Das sollte man, glaube ich, ehrlich sagen. Ja, heizen. Wie gesagt, ich mache das halt selber und heize eigentlich unser gesamtes Haus mit den Klimasplit-Geräten, fahre echt super damit. Die Abluftschlauchgeräte können das gar nicht. Also zumindest habe ich wirklich keins gefunden, was es kann. Korrigiert mich, falls ich hier falsch liegen sollte. Die Remco kann ebenfalls heizen wie auch kühlen und beides mit wirklich relativ guten Effizienzwerten, wobei diese immer noch nicht an eine Split-Lösung heranreichen. Aber immerhin, wie gesagt, für so einen Übergang oder so ein Büro, so wie ich das jetzt bei uns zum Beispiel habe, ist das schon eine feine Sache. Also ich bin da relativ zufrieden mit. Ja, Zusammenfassung. Erstmal kurz, wie immer, ich habe kein Geld dafür bekommen oder angenommen oder so. Das ist bei mir eigentlich Standard. Für mich persönlich war das jetzt eigentlich schon die optimale Lösung, muss ich sagen. Weil ich, wie gesagt, Allergiker, also in der Allergiezeit, bei Gräser halt, und das ist leider ein relativ langer Zeitraum, ist die Möglichkeit zu kühlen. Und auch im Winter halt für das kleine Büro als Heizungslösung ist es echt ziemlich cool, finde ich. Es ist relativ leise. Ich finde, es sieht auch ganz gut aus. Also erheblich besser als jetzt irgendwie mein alter Monoblock mit Abluftschlauch. Und man muss es nur einmal installieren, dann hängt das Ding. Und sonst mit der Monoblock, die habe ich dann im Sommer immer wieder rausgekramt, an dem Fenster, diese blöde Dichtung dran. Und so fand ich jetzt auch nervig. Aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht schlimm. Funktioniert ja auch. Also je nachdem reicht das natürlich auch. Ich will das jetzt nicht völlig schlecht reden. Ob das zum Heizen im tiefsten Winter reicht, weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, minus 10 Grad, dann ist langsam Schluss. Ich werde das jetzt aber testen im nächsten Winter. Und dann berichte ich natürlich sehr gerne darüber. Ein größter Nachteil bei dem Gerät ist jetzt für mich eigentlich, dass das halt über 2000 Euro kostet. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Dafür spart man sich gegebenenfalls im Vergleich zu Split-Klima, den Installateur, was wiederum ein Vorteil sein kann. Wobei ein gutes Split-Klima natürlich mehr Leistung hat und auch günstiger ist. Also was ich halt wirklich sehr positiv fand für das Remco-Gerät, ist halt, dass es echt eine sehr kompakte Anlage ist, die auch echt schöner an der Wand hängt. Der Kompressor sitzt zwar im Inneren und alles ist wirklich in einem Gerät, aber es ist echt erstaunlich leise. Also das muss ich schon sagen, wie gesagt, im Vergleich zu meinem alten Abluftschlauchgerät ist das echt ein Traum. Wobei ich jetzt auch kein neueres kenne. Möglicherweise sind die auch leiser geworden. Das sollte ich auch ehrlich dazu sagen. Im Remco hat aktuell auch irgendwie ein Gewinnspiel, wo ihr daran teilnehmen könnt. Unten ist der Link. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht ist das was für euch. Da könnt ihr so einen Teil gewinnen. Ich meine, es ist schon ganz cool, wenn ihr da mitmacht. Viel Glück, wenn nicht, dann nicht. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschau. 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 Vielen Dank.